Okay. Na super. Naja. Kann man machen nichts. Mir ist mal aufgefallen, dass ich mit Kerrigan eigentlich ziemlich viel gemeinsam habe. Aber sie war jahrelang kein Ghost mehr und ich war monatelang kein Surg mehr. Also haben wir da eigentlich schon einige Gemeinsamkeiten hier, ne? Ja. Machen wir mal weiter. Wir wollen ja auch wissen, wie es weitergeht. Jim? 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 Where's Jim? We couldn't get him out. Valerian. You left him behind. Stand down! Let him go, Kerrigan. Valerian is helping us. There is no us. IFF negative. Multiple hostiles inside the perimeter. Scrabble attack response squads, three through nine. Hull breach, frame seven, deck three. Defensive maneuver, Delta IV. Prep all stations for jump. No one is going anywhere until I see Jim. Shield to 30. Failure imminent. Dominion fleet, this is Hyperion. Cease fire. Crown Prince Valerian is aboard. My father will sacrifice any piece on the chessboard to take the queen. We have to jump now. We'll lead them away and circle back for Jim. Decompression. Sarah, we need to work together. Do what you want. I'm going to find Jim. I'm going to find Jim. Ja. Ähm... Also, ganz ehrlich, die Cinematics erinnern mich immer so an einen richtig geilen Film. Man müsste die mal so zusammenschneiden. Und so, dann hätte man wohl den richtig geilen Film. Nein, wir starten jetzt mal die wundervolle Mission. Mit den Zergs. Wenn wir schon eine Queen kriegen, dann wird das wahrscheinlich eine Zerg-Mission sein. Sonst würde es ja auch nicht heißen, hart auf das Forum. Wenn wir nicht mit Zerg spielen würden. Ich freue mich schon tierisch, weil ich, wie gesagt, ich war ja ewig lang Zerg. Und da, das ist, wie Jim so schön gesagt hat, it's riding a bike. It's like riding a bike. Du vergisst, das war eine kurze Zeit, aber du kriegst es immer wieder. Ich denk mal, ich krieg das auch wieder mit dem ganzen Zerg-Gedöns. Press any key to continue. Scanning. Detecting Dominion forces and a Zerg hive cluster. Ja, da muss ein alt hive hier sein. Ich bin eher über die Dominion. Ground Team, Mrs. Fleet. Was ist Ihr Status? Fleet, unser Base ist set up. Der Trich-Impulsed Cannon ist almost online. Roger das. Eliminate all Stragglers als sie warp für diese Coordination. We'll return for you. Fleet up. That Cannon will take out Jim's ship as soon as he enters orbit. He'll never see it coming. Set course for the Zerg hive cluster. I need an army. I can sense a mind controlling this brood. Who are you? My queen, I am Magdhul, a brood mother. You created us to extend your control of the Swarm. Have you returned to us? I'm not your queen, and I haven't returned, but I need your brood to destroy the Terran Cannon right now. Most of my brood is with me. I can send them to you, but it will take time. Then send them. When they arrive, we'll tear down that cannon before Jim gets here. I can send them to you. Meanwhile, I'm going to prepare this hive for combat. The Dominion would have tracked my ship and they'll be looking for me. Jo, ein paar Söchs. Wir haben fünften Minuten, fünften Minuten. Jo, das klingt gut. Schön passiert, wir sind schneller als du denkst. So, wir brauchen auch ein bisschen Gas. Spawncrawler. Naja, wenn wir das komplett ausgepackt haben, dann stecken wir. Ja, das war ja noch easy. Ich denke mal, wenn wir uns hier so ein bisschen einbunkern, wird das wohl... hoff ich. Wenn die Dominion gekommen ist, Wir müssen hier den nächsten Pool von den Terranern abwehren. Können wir hier... Oder? Das klingt gut. 18 Wörker. Ach ja. Jojo. So. 6 Was wir hier auf jeden Fall noch brauchen, sind Spawn-Crawler. Wenn wir schon die Möglichkeit kriegen, Spawn-Crawler zu machen, dann heißt das, dass wir sie brauchen. Ja, sag ich doch. Das war meine Intention hierbei. So. Wir Creep-Spreaden hier ein bisschen, damit wir schneller vorankommen. Daran erinnere ich mich nämlich auch noch ziemlich gut. Um, Creep-Spreaden. Es gibt mehr Zerglings in dieser Caine, meine Queen. Safety's off. Right. Getting out. Our forces are under attack. Covering ground. Sneak in. I see him. Safety's off. So, wir brauchen mehr Zerglings. So, wir brauchen mehr Zerglings. So, wir brauchen mehr Zerglings. Ready for action. You have recovered part of the brood. Rise, my children. Right. Work to be done. On the same page. Zor. So, wir brauchen aber noch ein paar Spawncrawler. Nicht, dass wir jetzt hier einen auf, ähm, ungeschützte Base machen, oder so. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Taktik, die es mal gab. Ähm. X. So. Schicken wir die Serklinge einfach ein bisschen vor, passt wohl. 21 Worker passt auch, ähm, updaten. Ist immer praktisch. Ja, müsste eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Oh, da ist eine Terran Base. Ich kann auch hier sein. Hm. Da ist eine große Dominion-Präsidenten auf der Hive-Cluster. Pusher. Heading out. Dominion-Präsidenten von der Norte. Ich habe dich. Ich habe die Hive-Cluster unter Attacken. Komm. Komm. Geht doch. Ja. 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 Was ist das? Our forces are under attack. Copy it. Say again? Covering ground. What is it? This is Kerrigan. Say again? Yeah, I hear you. Pushing ahead. I gotcha. Our forces are under attack. The Dominion's base is vulnerable. You will need to morph more combat units to destroy. The Dominion's base is under attack. Our forces are under attack. Say again? Our forces are under attack. Right. Yeah, I hear you. One-woman army. One-woman army. The Worms are tunneling to you right now. My room will be there soon. Work to be done. Not enough energy. I gotcha. Not enough energy. Many masquerraders. Our forces are under attack. Ready for action. Our forces are under attack. Das ist Kerrigan. Das ist Kerrigan. More of my Zerdlings! The Brood grows stronger! Only a short time, before my Nidus Worms bring reinforcements! I'll under attack! Our forces, I'll under attack! Our forces, I'll under attack! Our forces, I'll under attack! The Hive Cluster is under attack! What is it? Our forces, I'll under attack! The Hive Cluster is under attack! The Hive Cluster is under attack! Safety's off! The Hive Cluster, they have came and left! We ain't doing it! We're all that loaded! Sie sind schick aus. Yeah, I hear you. If you wish to command all of your forces in battle, there is a way to control them all at once. Ready for action. On the same page. Sweeping. Work to be done. net net what is it heading out this is kerrigan shake shake our forces are under attack yeah i hear you what is it right that is pretty cool unacceptable command our forces are under attack zerg defend the cannon what is it what is it with a deck cannon this is kerrigan the is Es ist verletzt! Die Terrens fliegen zu ihren Schiffen! Geben sie alle! Keiner wird sich nicht weg. Ja! Die Königin zurück. Geben die Terren! Die Königin? Du bist richtig. Ich habe mich zurückgezogen. Ich muss hier raus. Ich werde hier raus. Hm. Wir werden dein Rückweg.